Guten Morgen. Ich bin seit ein paar Wochen in Deutschland. Heute möchte ich ein paar Postkarten verschicken und ein Paket liefern lassen. Ich weiß wirklich nicht, wie man das in Deutschland macht. Deshalb muss ich bei der Post fragen. Was muss man tun, um eine Postkarte nach Hause zu schicken? Ist es anders mit einem Paket? Heute werden wir das gemeinsam lernen. Guten Morgen. Ich möchte diese Postkarten verschicken. Was muss ich tun? Kann ich einfach eine Briefmarke draufkleben und in den Briefkasten werfen? Sie müssen natürlich auch die Anschrift draufschreiben. Danach können Sie die Briefmarken draufkleben und die Postkarten absenden. Die Briefmarken kosten mehr, wenn Sie die Postkarten international schicken möchten. Ich möchte sie nach Amerika schicken. Dann kostet jeder Briefmarke 95 Cent. Wie viele Briefmarken brauchen Sie? Ich brauche 10 Briefmarken. Das kostet 9,50 Euro. Ich möchte auch dieses Paket nach Amerika schicken. Wie mache ich das? Zuerst muss ich das Paket wiegen. Dann kann ich sehen, ob es wirklich ein Paket ist oder eher ein Päckchen. Ein Päckchen kann bis 2 Kilogramm wiegen. Mit einem Päckchen übernimmt die Post keine Haftung und es gibt keine Sendungsverfolgung. Mit einem Paket jedoch schon. Wenn Sie ein Päckchen mit Haftung und Sendungsverfolgung schicken möchten, dann kostet das mehr. Zuerst lege ich das Paket auf die Waage, um es zu wiegen. Dieses Paket wiegt 4,39 Kilogramm. Das kostet 36,99 Kilogramm inklusive Versicherung bis 500 Euro und Sendungsverfolgung. Was ist der Endpreis? Das ist schon der Endpreis. Ein Paket international liefern zu lassen, ist umsatzsteuerfrei. Sie müssen nur noch dieses Formular ausfüllen. Das ist die Zollerklärung. Sie müssen darin eintragen, was im Paket ist, den Wert der Sendung, wer der Empfänger ist und Ihre persönlichen Daten. Okay, Sie haben die Zollerklärung ausgeführt. Sie möchten zehn internationale Briefmarken kaufen und dieses Paket nach Amerika verschicken. Insgesamt kostet das 46,49 Euro. Ich habe hier 50 Euro und 3,51 Euro zurück. Die Laufzeit kann bis zu 60 Tagen dauern, bis das Paket in Amerika ankommt. Die Postkarten sind etwas schneller. Okay, danke schön. Bitte. Schönen Tag noch. Und Sie auch. This video is graciously supported by viewers just like you via Patreon and YouTube Memberships. If you would like to become a channel member, click the join button down below this video or go to patreon.com slash mrlantrum. When you sign up to support this channel on Patreon or via YouTube Memberships, you will gain access to a variety of materials that I create for every single lesson that I upload. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.